Denn wir wissen weder den Tag noch die Stunde, da der Herr uns zu sich ruft. Drum denk alles, so denk doch alles, so denk doch alles. Mal vom Ende her, dann weißt du, es lohnt sich nicht mehr. Wir bleiben alle irgendwann liegen, totes, kaltes Futter für die Fliegen. Taschen voller Geld und König der Welt, ein Dreck für die Fliegen, darum denk immer daran. Wir bleiben alle irgendwann liegen, totes, kaltes Futter für die Fliegen. Es macht gar keinen Sinn, überhaupt aufzustehen und dann nach der Arbeit hinzugehen. Wir werden alle untergehen, das kann man jetzt schon ziemlich deutlich sehen. Auch du bist ein obsoletes Produkt, das im Tode auch nur noch einmal pupst. Wir bleiben alle irgendwann liegen, totes, kaltes Futter für die Fliegen. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Asche zu Asche und Staub zu Staub.